Mendel war hoffnungsfroh und mutig, nämlich bei der Ecke mit dabei, Alibas, Mendel, Tor! Jetzt ist er einer für die Geschichtsbücher, ich mach den Hitz, ich mach den Coltorti, denn in Leipzig und Augsburg hat es das in dieser Saison ja auch schon gegeben. Er ist nicht gerade der großgewachsene Torhüter, aber hier ein Kopfballongeheuer und jetzt war richtig Pfeffer drin in dieser Schlussphase. Ein Tor fehlte er.